In dieser Folge Let Loose verteidigen wir erst als Squad, um schließlich den finalen Angriff mitzumachen. Dabei läuft das einmal sehr knapp nicht, wie wir es wollten. Das Ganze aus der Sicht eines Offiziers. Also da oben soll immer wieder Infanterie sein, das war richtig? Ja. Kannst du, wenn du das nächste Mal stippst, in der Täler freimachen? Achso, ich will zählen. Du willst jetzt, dass ich irgendwas freimache? Nee, komm, alles gut. Spiel weiter. Ich hätte ja einen AT-Ler übernommen, oder? Was ist denn der AT-Ler? Der Rest bleibt in der Position. Aha, meine Position wird so haben. Naja, mir ist gerade aufgefallen, ich bin schon Level 10, mir kann eigentlich vollkommen egal sein, wer den AT-Spiel. Was, hier auf dem Bett liegt einer? Wir sind Death. Wie weit sind deine Supplies? Ready. Dann Kommst du mit mir Richtung Bewegenmarker, der Rest sorgt dafür, dass der Feind raus ist. Einmal den Bunker Auf Anschlussmarker überprüfen, ob da noch einer auf dem Bett liegt. Oder ob meine Granate den gekillt hat. Oder ob meine Granate den gekillt hat. Ich kann euch wieder zurückversetzen, die Defense. Ablegen. Wir sind aus einem Squads unautorisiert in den AR-Head gegangen. Wir haben verloren. Den wird verloren. Alles, was deiner Defense ist, geht bitte ins Hardcap. Wir sind schon drin. Wie gesagt, es sind auch Leute unautorisiert aus der Death raus in den Angriff. Frag mich nicht, wieso. MG auf Ping. Nicht akkurat. Wir kriegen es zurück, wenn die vorne schnell genug cappen, dann haben wir es. Wir drücken von hier hinten hoch. Ihr dürft euch vorne beim cappen gerade nicht zurückschlagen lassen, sonst haben wir ein Problem. Am Bunker direkt, Trier. Wo am Bunker? Wo ich dort umgefallen bin. Ich habe dich nicht gesehen, entschuldige bitte. Wir haben das hier schon. Wir sitzen noch falsch. Wir sitzen noch falsch auf dem Weg. Das ist doch nicht wundern, wenn wir wenig reden. Genau. Also über Infanteriemarker kommen sie auf jeden Fall. Die sind westlich von da abend. Die sind überall. In dem Haus. Ich habe sie aber nicht gefunden. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe es scheint frei zu sein. Ist doch Bewegung bei mir auf jeden Fall. Hier vorne war noch einer. Die hat wahrscheinlich geblockt. Wurde die feindliche Garni abgebaut? Nein. Die Garni oben geblockt. Ja. Ja. Nimm die Garni. Den Garni will ich da stehen. Hast du auf jeden Fall das herangekippt. Wenn ich vertraue, ist es ihm nicht. Soll ich noch mal welche schmeißen oder ist das sehr sinnlos? Lass uns gerade mal kurz die aufklären. Ja. Näh, ich finde welche brauchst du. Ich schmeiß die da nicht. Ah, weiter in den Norden. Ich habe geschissen. Ich bin da nicht hoch. Warte, mache ich gleich das Overlay. Also ich habe da jetzt keine Garni gefunden. Aber... Was war die Meldung von euch? Ich habe da noch eine Garni zu bauen. Also Südkirchen. Ja, sind da unten gegangen. Äh, Able, wenn ich auf Saar-Posi... Äh, eine Garni ist zu bauen. Dann liegen aber noch noch Saar, sie können noch eine stellen. Theoretisch. Ja, wenn wir da rüberkommen. Denkt dran, da ist alles voller Feind. Es wird maximal eins Quatschern. Wie weit sind deine Supplies? Versuch mal zu dem Commander zu kommen, dass ihr eine Garni bauen könnt. Commander, ich schicke dir meinen Supplier. Der lebt noch vorbei. Versuch dir mal, dann vielleicht nur ein Neu Garni irgendwo zu ziehen. Yo, bitte. Wo bist du denn, Grimlock? Da. Äh, ich bin viel zu weit oben gespawnt. Aber ich lauf anders da rein als ihr. Wir sind zuerst mit vorn, Grimlock. Ich kann dir einfach mal hinterher. Mhm. Ist in Ordnung, dann warte ich auf dich. Ne, alles gut. Pass einfach raus. Ich finde dich schon. Okay. Perfekt. Wir sind gerade draufgegangen dafür. Meldung über die Garni, Kirk. Wie ist die Lage? Ist die noch da? Wir haben eine eigene Kräfte. Copy. Dein Garni mag wahr, akkurat. Das war der, der Dinge uns gemeldet hatte. Alles klar. Neue Garni gebaut im Hardcast. Perfekt, danke. Sag mal beim Supplier, danke. Gut gemacht. Supplier, danke. Gut gemacht. Soll ich ausrichten. Ja, gerne. Oha. Das ist die gegnerische Art. Ich hab die Garni rausgehauen. 150 Meter Entfernung. Die auf den Garni-Marker. Ja, richtig. Jig, Garni-Marker. Garni ist raus. Ey, das war ja so geil. Aus Westen kommen die jetzt. Das war ein perfekter Mark. Ich mach dir gleich wieder frei, Ria. Wie sieht's denn mal aus mit Crusader Kings? Ja. Ja, aber nicht jetzt. Darüber kommunizieren bitte. Danke. Haben wir irgendwo noch weitere Garni-Meldungen? Ja, Niklas. Ich bin gerade dabei, hier mit im Kampf zu stehen. Einen Moment bitte. Wir auch. Jetzt nämlich alles voller Feind. Ich kann hier einfach auf die Karte gucken. Müsstet ihr einmal da bei der Garni den Feind drumherum beseitigen. Dass ich mal ein OP setzen kann. Icarus. GG, vielen Dank. Das war eine herlle Irre. GG. 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 Hat Spaß gemacht. GG. 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 Ich lass mich vorlaufen, wenn wir das für schießen, lediglich ist einer. OP ist heiß, close, wo? Krieg ich einen Ping? Da war einer. Ja, die haben gerade noch auf dem Stärken drauf gesprochen. Ich hab nicht Ping, warum kann ich das? Ping mittlere Maustaste. Ach, hab ich. Aber es geht nicht. Seltsam. Ja, wir oberen auch. Der ist wieder heiß. Da muss ich gerade jemanden den Arsch rosten. Ja, ich hab da noch ein Einzelner rum. Ja, da reinzukommen. Highground schaffen, Ria, und runter gucken. Nach hier hin. Hab ihn. Minus, hier noch einer. Auf meinem letzten Ping, Ria, genau da. Ich hab gepinkt, nicht geschossen. Auf dem Ping gucken und schießen. Können wir machen. Hast du den erwischt? Sehr schön, sehr sehr schön. Gutes Teamwerk. OP leider weg, aber nicht schlimm. Ja, doch. Die Ansage war eigentlich ursprünglich, dass ich da auch noch versuchen sollte, gar nicht zu bauen, wenn der Angriff nicht durchgeht. Hier läuft schon wieder einer. Das heißt, jetzt muss der Angriff durchgehen, sonst haben wir eigentlich ein Problem. Copy, ich push ins Hardcap, äh, ins Softcap. Die Dev ist nämlich zu dämlich, gar nichts zu bauen. Die Dev ist nämlich zu dämlich, gar nichts zu bauen. Rannte doch auch irgendwo noch einer. Wenn der OP zerstört ist, kann ich an neuen setzen. Copy, OP ist weg. Such eine neue Stelle für ein OP. Doc, kommst du probieren, mit den Supplies im Norden noch eine, äh, Garni zu bauen. Bei Wigel, Vorsicht, Zauber. Legt euch da aber gleich hin am OP. Ah, sorry, wir versuchen das hier zu machen, ja. Ja. Ich liege. Ich weiß zwar nicht, wo du den setzt, aber... Micro, du wirst mal den Minecraft anschließen. Aufgeklärt, Feindflare über uns. Ja. GG. Habt ihr gut gemacht. Ein bisschen... Ein bisschen aufregend jetzt. Wo sind wir denn jetzt? Ich finde uns wieder nicht. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist, dass die Teams so inkompetent sind. Hä, das war eine richtig gute Runde. Ja, wohl krass, ja. Für unser Squad, ja. Aber das Gesamtteam war eine Katastrophe. Eine 0,7,9er KD. Tja. Nicht schlecht. Na? Ist gut gemacht, ne? Wie lange wart ihr vor mir schon in der Runde? Von Anfang an gespielt.